Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr, sehr wichtigen Infovideo. Es geht um Rome 2 Total War und zwar geht es um die Lauffähigkeit davon. Und es ist ja allen hinlänglich bekannt, dass Rome 2 etwaige Probleme hat. Das heißt, es läuft nicht richtig, es ruckelt, man kann nicht auf den höchsten Einstellungen spielen, man kann nicht mal auf den minimalsten teilweise spielen, was mir vollkommen schleierhaft ist. Auf jeden Fall hat das bei mir jetzt, als ich die siebte Folge abdrehen wollte, von meinem Let's Play ordentlich reingeschlagen. Auf einmal habe ich auf meine Aufnahme geguckt und es war nichts mehr da. Das war mehr oder weniger einmal umsonst aufgenommen, vielen Dank. Ja, das mag an meiner externen Festplatte vielleicht auch liegen, aber ich bin mir sicher, dass Rome 2 da einen nicht unwesentlichen Teil dazu beigetragen hat. Und deshalb werde ich jetzt erstmal versuchen, ein paar Tage die patchen, ist ja wirklich wöchentlich, glaube ich. Ich hoffe mal, dass sie es endlich mal vernünftig patchen, denn bisher hat es überhaupt nichts gebracht, oder? Aber auf jeden Fall, ich werde jetzt erstmal Folgendes machen, was ja sogar ganz gut ist. Ihr wisst vielleicht noch die Takita-Kampagne, die gibt es auch noch und davon habe ich ja noch, ich schätze mal, 13 Folgen. Sind doch alle schon soweit, also ja, meistens, also einige sind schon fertig, die könnte ich hochladen. Und dann hätten wir den Kram weg und, also das würde ich jetzt nicht alles auf einmal machen, aber ich würde das jetzt erstmal vorschieben, weil es ist besser als gar nichts momentan. Das ist natürlich nicht so schön, weil Shogun will jetzt gerade keiner sehen, aber es ist, denke ich mal, besser. Ja, das Projekt muss sowieso mal abgeschlossen werden und wenn Rome 2 gerade so Zicken macht, ich kann es nicht ändern, ihr werdet es ja selber wissen bei euch. Ich finde es nicht schön, ganz ehrlich, ich finde es nicht schön. Ich finde es überhaupt nicht schön, diese technischen Probleme, also das ist schlecht. Und ich möchte es ehrlich gesagt nicht nochmal versuchen, weil ich habe keine Lust nochmal enttäuscht zu werden, also einmal reicht mir und es ist, es hat vorher die ganze Zeit geklappt, aber ihr habt ja gesehen, das war auch nicht super und ich muss sagen, ich habe eine NVIDIA GeForce GTX 660 Ti und ich glaube nicht, dass die so scheiße sein kann, verzeiht mir die Ausdrucksweise, dass, dass sich ordentlich läuft. Es ist ja nicht nur eine Frage der Grafikkarte, sondern auch anderer Komponenten des PCs, aber ich denke mir, ich weiß nicht, manche kriegen da 20 bis 35 FPS oder was. Also ich, also laut den Systemvoraussetzungen erfülle ich die vollständig, keine Ahnung, schreibt mal, was ihr dazu wisst, ob es bei euch super läuft oder einfach nur schlecht und das trotz guter Hardware, natürlich gut, okay, wenn man schlecht hat, darf man sich nicht wundern, wobei man in dem Fall jetzt gar nicht mal einen Unterschied machen würde. Und ich habe auch bei Volant und Cosmic Contrarian die beiden Empfehlungen, von denen ich schon mal gesprochen habe, mal einen Podcast reingehört. Übrigens sehr zu empfehlen, die wissen ordentlich, wovon sie reden, das ist zwar in Englisch, aber gut, ich kann ja soweit ganz gut Englisch und jemand sprechen, habe ich zugehört, dass sie, habe ich gehört, dass sie wenigsten, selbst auf den mindesten wirklich flüssig von der Performance her spielen können und das ist schon echt enttäuschend. Deswegen, was soll man machen, ne? Ich muss jetzt erstmal kurz aussetzen, deswegen, also die technischen Probleme darüber habe ich ja im Bulletin, im Feed schon was bekannt gegeben, jetzt ist es hier nochmal bekannt gegeben. Ersatz ist ja da, Tag hier der Kampagne, sobald es was Neues gibt, werde ich mich dann melden, das ist natürlich gerade jetzt nicht so gut, weil ich wollte diese Woche, die kommende Woche auch die Koop-Kampagne angehen mit dem lieben Kalimo vom Kalimo Games. Ich glaube, dem werdet ihr aber ein bisschen Rücksprache halten müssen, was da jetzt, was da jetzt genau, wir könnten es ja mal riskieren, aber ich möchte jetzt bei mir ehrlich gesagt nicht, da, das ist mir jetzt ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen, ich glaube jeden Freitag wird es gepatcht, aber ich weiß es nicht, ach, keine Ahnung, ist mir auch vollkommen egal, Hauptsache es wird gepatcht, Hauptsache es wird in Ordnung gebracht und ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Taya Hero.